Wenn Sie vom Haupthafen in Hamburg mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Hafen noch einschiffen, einchecken müssen, dann starten Sie im Prinzip am Hafen, am Hafen in Hamburg starten Sie Ihre Handelsreise. Und 10 Minuten, schauen Sie sich mal die großen Häfen an, wenn Sie in London, Heathrow oder sonst wo, Charles de Gaulle, in Novgorod oder in Köln, wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen, wenn Sie Danzig sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass 10 Minuten Sie sicherlich jederzeit locker in Danzig brauchen, um Ihr Bier zu finden. Wenn Sie vom Hafen starten, Sie steigen in den Hafen ein, Sie fahren mit der Kutsche in 10 Minuten an den Hamburger Hafen, dann starten Sie praktisch hier in Hamburg, im Hafen, am Hafen starten Sie. Das bedeutet natürlich, dass der Hamburger Hafen im Grunde genommen näher an das deutsche Kaiserreich, an die deutschen Städte heranwächst, weil das ja klar ist, weil auf dem Haupthafen viele Linien aus Deutschland zusammenlaufen.